Und willkommen zu... Oh, hoppla, warte mal in Ruhe. So, willkommen zurück. Ja, willkommen zurück an Angeln. Ich schreibe mir eben auf, dass es 31. Folge ist. Oh, mein Zettel ist ganz vorher. Ich habe so einen Mini-Zettel. Aber ich denke, das Angeln dauert nicht mal lange. Na, ich könnte die Zettel wieder runternehmen und ein Andungsfeld da noch reinstellen. Bisschen plan. Und ich kann die Rüstung craften. Wenn ich noch ein bisschen Gold finde. Die Rüstung natürlich nicht, aber ich weiß nicht, wie das geht. Oh, das ist schon fast nach der... immer noch im Aufnahme war der Retourn. Ab der 24. Folge bis zur... 31. Das sind 7 Folgen. Warum? Angelt man sowas? Ich habe da drin angeln? Naja, wahrscheinlich. Eine Wasserflasche. Hm, da hätte ich keine normalen Flaschen craften müssen. Na ja. Na ja. Hm, da frühstücken. Puh, 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 puh. So. Ha, die war draußen gegangen. So, und dann hole ich mir mal ein anderes Pferd. Toll, hier wollt ihr noch einen Weg runter bauen. Mit dem Fisch. Ist gleich kaputt. WACK. WACK. Das hat sie so genommen. WACK. 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 WHO. So, bei Wege bauen muss ich mich immer konzentrieren, weil das ist eine Kunst für sich. Oh ja, Kunst. Ich meine Kunst, das ist ja ganz starisch. Mech. Mech. Warte, ist das schon? Nein, ist noch nicht. Ein von den Pferden geht dazu. Ah ja, jetzt. Das trinkt nicht bitte. Das sind zwei Blöcke. Das ist ja nicht hoch. Das sind zwei Blöcke. Das kann ja übelst nicht hochspielen. Ich meine, das ist noch vielleicht kleiner als das andere. Jetzt kann mal ein Blöcke hochlaufen. Na gut, zwei Blöcke geht mit der... Das ist eine Sprungkraft. Naja. Ach, man kann das nicht durch die Wand sehen. Das ist ja verrückt. Ah, wenn auch. Ah. 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 Das hat plötzlich weh. Au. Das ist mein Scheiß. So. 5 Minuten heute werden wir, glaube ich, erstmal nur angeln. Wenn wir alle Fische haben, dann... Dann... Mach ich irgendwas. Dann mache ich zum Beispiel eine... Vielleicht möchte ich dann... Ja. 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 Du kannst das auch auf rein. Er will diefleischchen... Da muss ich vielleicht wieder... Ich muss die Treppe runterrollen, bisschen ausbauen. Nein. Das lass ich mal. Das reicht so, wie sie ist. Ne, das reicht so, wie sie ist. Genau so. Äh. Uuuuh ein kam ich zurück hier ist nicht mein feld das ist ein bisschen weit vorne ich habe über die immer fliegt ich habe immer so kleine schwarze punkte halt da immer die fische das geht immer an der tic-tac-tac da die klingelt mir so am rand eines eine würfeltexte oh gott heute hochladen das war privat stellen fangen wir später anfügen naja ich kann erst mal gucken genau das meinte ich mit angelangeln eine verzauberte angel habe ich geangelt das ändert man irgendwie immer wenn man alle fische angeln will oder die wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich groß dass man sowas angelt noch ein fisch ich brauche keine fische hat sie hat man gehört und kühlt das heißt ich krieg ziemlich viel fische glück des meeres ist glaube ich mehr so zum beispiel das mit gold oder sowas an gold helm oder sowas an jemand hin muss denke ich denke ich weiß es nicht ich denke mal ich weiß jetzt nicht genau was das bringt aber külger denke ich mal das ist für fische glück des meeres das meeres ist irgendwie allgemeines glück dass man bei jedem mal wenn man was angelt was angelt oder vielleicht mal zwei fische wie bei normal glück fisch bezocken ist naja etwa wenn zwei külger ist dann eben nur für fische denke ich mal sondern wenigstens fisch kriegt wenig so zeug wie sattel da ist es nach fisch ich habe nur die beiden fische also sowas immer eine fische angeln der glück ist recht das öfters wachs kommt natürlich auch sein aber können kann es natürlich auch külger wieder aust kül das kann man glaube ich nicht mal krachen im snapshot der ist das pass ich habe schon nur noch ein clown fisch drei clown fisch Klauenfisch. 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 Komm ich bin doch ganz lustig. Komm rund. Komm schon Klauenfisch. Komm schon. Komm schon. Komm her. Das war's Leckeres an der Angel. Vielleicht ist es auch so, dass wenn man am Ufer so ein bisschen läuft, dass Fische verscheucht werden. Noch ein. Ja. Das kann ich nicht ausnehmen, aber so läuft es. Dass man da nichts angelt. Oder eher so ein Sattel und Leder. Oder eine Angel. Oder ein Leder-Schuh kann man auf jeden Fall angeln. Das weiß ich. Das wäre so ein Technik-Mod, so was wie Industrial-Buildcraft installiert hat. Dass man da auch so Müll findet. Sowas wie Tarnräder. Die da drin sind im Mund. Nach dem Fisch. Oder sowas wie... Ich weiß nicht. Oh. Der Geangeln. So was wie... Eine Quarry mal drin. Für Bildkraft. Da ist so ein Teil, was so ein... So ein... So ein... Quasi so ein Tunnel in die Tiefe baut. Und alles abbaut, was da ist. Also das quasi automatisch alles arbeitet. Da steckst du so ein gewisses Gebiet da. Und dann baut das... Bis zum Grundgestein. Und... Also bis zum Bedrock. Das ist ganz geil. Könnte ich auch mal... Zeigen... Nach... Oh. Muss mich beeilen. Wie oft Nacht wird immer. Wie oft Nacht wird immer. Ob nachts andere Fische haben. Sind Clanfische nachts eigentlich. So ein Laternfisch. Nein. Also das ist ja immer was. Komm schon. Auch eine Kugelfische. Aber nur ein Clanfisch. Diese Folge kommt schon. Wenn man... ... kontinuierlich anmeldet. Und irgendwann kriegt man das, was man haben... Den kann. Und auch im richtigen... ich muss da... auch im richtigen... hingelegen ist das so du willst zum beispiel mit dem du willst in so ein playstation entweder schenke eltern das so zum beispiel zu weihnachten oder sowas oder wartet bis 18 müssen kaufst du selber oder das ausbildung hast so genug geld hast und achten lassen wenn man den clown fisch oder den papa fisch ist für irgendwelchen tränken gut und man früher und früher wortet das fleisch oder so rein tat oder so weiß ich jetzt nicht mehr genau auf die vertragung des schadens ist da drin das heißt glaube ich dass man mit denen auch normal ist da man zieht ihn damit an das verbraucht die angel nein das im wasser explodiert gut um gott kaum schon diese folge ein klaren fisch klaren fisch ist der klaren fisch klaren fisch ja es ist pav habe ich schon zwei normaler fisch mann der kommt so oft wahrscheinlich durch köder wird der normale fisch erhöht man kriegt öfters fisch und normale fisch am meisten da schon wieder nein die folge ist gleich vor ein paar ein bisschen klaren fisch klaren fisch aber ich habe eigentlich lust noch eine aufzunehmen aber warte das ist die 31 das heißt sieben folgen ich könnte noch eine dranhängen aber dann gleich ist morgen oder so hochladen warum vom letztes mal ich angele schon wieder zwei folgen miteinander dafür rede ich auch mehr als sonst also beim weg bauen will weg ist deine wissenschaft naja das plätschern das plätschern so cool animiert so zwei wissen es war man mutig auch die 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.